Ah, das war dumm. Das war dumm. Sorry, das war stupid. Das hier? Oh, fuck me. Kann ich abbrechen? Äh, hier. Shift C war das. Okay. Susur Anti-Magic-Field. Susur Bloom. Susur Bloom? Susur? Ach du Scheiße. Ich mein, es ist sehr schön hier. Let's see what you're hiding. Aber... Super aufpassen hier. Ah, es wird einen Moment dauern. Oh! Ein Hook-Horror steht hier unten. Okay, Level 4. Warte, kriegen wir den, kriegen wir. So, warte mal. Kalach. Ich... Ich hab wichtige Dinge vergessen. Ich hab doch extra Shit gekauft, Guys. Oder hab ich nicht extra Shit gekauft? Ich hab extra Shit gekauft. Das geht an Kalach. Das geht an meine Wenigkeit. Your weapon attack deals also... Äh, nee. Your weapon attacks also deal to acid damage. Das geht an... Ich würd sagen, Astarion, weil er hat immer mindestens zwei... Nee, warte, warte. Er hat zwei Attacken, wenn er Melee ist. Bam, bam, stabby, stabby. Mit dem Bogen, ein Schuss. Ich hab meistens nur... ...eine Attack. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, doch, gib mal Astarion. Stab, stab ist einfach mehr... ...mehr acid damage, würd ich sagen. Äh, die Rüstung kriegt er auch. Mein Boy muss mal equipped werden. Er war ja nicht mal... ...of rarity hier. So. Arsons Oil. Coat your weapon oil and transform the targets. Feier resistance to feier vulnerability. Mega gut. So, das heißt, er hat... Sie braucht noch. Equip. Was waren die Handschuhe? Äh... On a hit with the weapon attack possibly inflict... ...meinus 1D for penalty to the targets. Attack roll, saving throws. Okay, die anderen haben aber auch schon gute Handschuhe, ne? Ja. Ja, die waren über. Ja. Mich machen die Zauberslots einfach fertig. Die Zauberslots, weil zu wenig sind? Oder zu viel sind? Huch, das war die Falsche jetzt. Was ist cooking? Was ist cooking? Ach so, zu wenig. Ja. Ich meine... ...for balancing reasons. Probably. Äh... Und man hat ja relativ viele Cantrips, die man immer wieder benutzen kann. Das ist eigentlich ganz geil. Das finde ich, das finde ich ganz cool. So. Hier, das ist hier, weißt du... Der geht immer. Der geht immer. Der geht immer. Der geht immer. Die ganze obere Reihe geht quasi immer. Das ist schon ganz cool. Äh, find familiar. Warte mal, wir können doch noch eine Krabbe beschwören. Ah, kostet. Und das war Upcast, ne? Casting Splat higher. Level doesn't grant anything. Oder wir heben das auf, bis wir die Krabbe wirklich brauchen. Ich schaue vor. Ah, die kann ich einsammeln, die Blume. Ach so. Na, die sah so nach Unheil aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, und die erkenne ich nicht als Unheil. Ah Gott. Mushroom Enthusiast. Karlach ist inspired. Schön. 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 Wenn's Karlach gut geht, geht's mir, geht's uns doch auch gut. Warte mal, kann ich Lizzy einfach? Ja. Das ist einfacher. Fusing Object kann ich, warte mal, kann ich Karlach? Sol Invictus. Ja, ich versuche ein bisschen aufzupassen, aber das ist... Erstmal wieder reinkommen, so. Auf was man alles achten muss. Ah. Das ist so ein Ding, ne? Das sind so Momente, wie geil es wäre, wenn Streams und Vollset-Job wäre. So. Bald du hast Geld, ja, spielen wir einen Monat durch. Fünf Tage die Woche, acht Stunden. Let's fucking go. So. So. So, der erste Runner, machst du ein halbes Jahr später nochmal und machst irgendwelche Troll-Bilds und baust Rüdels die Scheiße. Leuchte mal viel. Ach. Das wäre so geil. Die sorgt dafür, dass du und alle in der Umgebung nicht mehr zaubern können. Fand ich amüsant, wenn ich das mit Carla reingehe. Ja, das... Also, ich pflück sie beim nächsten Mal und vielleicht kann ich sie auch mal werfen, so als Waffe. Quasi ein bisschen Zweck am Fremden. Darf ich dir einen Hinweis geben? Einfach nur eine Mechanic. Ja, okay. Sehr gerne. Und moin Orkross, ein Wunderschön. Schön, dass du am Start bist. Take some bark from the Sussotree. Ja, mit der Waffe. Endlich finden wir den. Oha. Oha. Das ist echt schön hier. Das ist echt... So, Lizzy. Schieß mal. Please don't hurt yourself. Ich finde, das haben wir sehr gut gemacht. Warte, Bibberbang? Wer ist Bibberbang? Was ist ein... Ich hätte jemanden retten müssen, oder? Scheiße. Scheiße. Aber da waren so viele giftige Sporen, Leute. Der Sporentyp kann bei den grünen Sporen vorbeilaufen, ohne sie auszulösen. Ah. Das wäre smart gewesen. Ich glaube, der Typ ist Geschichte. Ah. Ah. F me. Ich meine... Ich wollte meine Party nicht in Gefahr bringen. Oh mein Gott. Ich kann nicht riskieren, dass ich in der Öffentlichkeit bin. Oh mein Gott. Äh. Wir sagen einfach, der war schon vorher tot? Ja, ich habe den Kommentar noch nicht gelesen, ja. Noch nicht gesehen. Kann ich ihn wieder mitnehmen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Scrollcase. Ah. Time must be playable character. Ah. 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 Das Loot ist auch gone. Ah. Das kriegen wir schon hin. Ich habe... Den Masterplan. Warte. Warte. Warte mal. Meint ihr, er ist pisst, weil ich ihn in die Luft gesprengt habe? Der Körper schützt dich. Lebenlos. Ähm. Hast du keine Werte? Alle. Schmerzen. Ah. Die Kugel. Die Kugel. Die Kugel. Okay. Wie warst du? Die Kugel. 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 Oh shit. Ja. Die habe ich gesehen. Äh. Ja. Alles gut. Alles gut. Ja. Sehr gut. Uh. Was haben wir hier? Ah ja. Warte. Warte. Jetzt. Hier ist noch ein bisschen was an Loot. Candle. Oh mein Gott. Ne. Candle brauch ich nicht. Oder? Das ist doch okay, warte mal. Ah, ah. Oh, ein kleiner Altar. Cup of Oil. Sure, 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 sure. Oh, geht die nicht. So, Noblesauk wäre auch nice gewesen. Ja, was, was, wer wäre, was? Oh, Survival Check failed. Warum fällt der denn Survival Check? Ah. Oh, thank God. Ich denke mal, Survival Check immer, ich sterbe gleich, wenn der failt, ne? Not gonna lief. Du hast eine... Ah. Holy Water. Permanent. Explosion im Blick. Damaging dir bei Fiends and Undead. Permanent. Water. Ah. Ja, nimm mit, Alter. Nimm mit, den Lachs. Better becauert. Mit Husten. So, jetzt schau, jetzt, jetzt, jetzt geh ich aber noch mal ein bisschen von A nach B. Und schau, ob noch irgendwo was versteckt ist. Ah, dann bringe ich der Frau, äh, die Leiche. Was mir noch irgendeine Geschichte ausdenken ist. Ähm. Ich glaube, das Einfachste ist zu sagen, der war schon tot. Das ist, äh. Wir haben von Weitem schon eine Explosion gehört. Wir wissen nicht, wie es dazu kam. Ähm. Wird schon? Ich hoffe, sie benutzt nicht Speak with Dead oder so. Ja, RIP. Hm. Ja, wie war das mit Krieg und Kollateralschäden? Ach, ne, es war halt einfach so. Huch. Ähm. Oh nein, jetzt wird das Abendmiff ja auch traurig sein. Ähm. I met him in a field of deadly mushrooms. He died there. Dead? Wirdless old fool. He had one bleeding job. Still polite. Ähm. No love. Oh. No love lost between the two of you, I gather. Love? Hm. Never heard of it. Bailin was a rotten old bastard. Ach so. Treated me like an old shoe for 70 years before his mind started to go. Softened him up. Made him realize how much he needed me. Losing his mind was the only good he ever did by me. So, you're glad? Who is he to you? My husband. Oh, verdammt. Ha. 80-sugend years together. And he leaves me in the lurch like this. I should have killed him myself. Alright. I'll find my way out. No point hanging around this den of misery. Äh. Ja, hier hast du auf jeden Fall. Seine. Leiche. I'd love to you, thanks. Herman, is that you? I'm waiting for Mars. Miss his scratch. Oh. Can't leave without him. Can I scratch you? I can attack you. Das ist kein scratchen. Hm. Na gut. Oh, wegen Doloras. I'm sorry. You need to play. You need to play. Not to. No time to rest. Ah. Gut, okay. Ah, wir gehen. Wir haben wenigstens die Leiche gebracht. Das ist so ein gutes Game. Ah. Hol gerne auf. Und dann spiel auch immer sonntags, wenn ich am spielen bin. Einfach so parallel, weißt du? Trifft nicht unbedingt dieselben Entscheidungen, weil die sind nicht so clever. Aber das ist ja klar. Oh, da ist noch mehr. Oha. Was ist denn hier noch? Oh, ah. Oh. 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 Korra Level 4. 75 HP ist, finde ich nicht nett. Dat finde ich nicht nett. What do we have here? Hätte ich die Leiche mit dem Sporntypen eigentlich resen können? Attack is scratched just harder. Ich kann nicht ganz folgen, mein guter. Aber die Krabbe ist eigentlich viel geiler. Ich feiere die Krabbe einfach. I'm sorry. Veränder nur als Zombie. Oh, der kommt hier hoch, der Sack. Das finde ich nicht nett. Ähm. Okay, verdammt. Ich meine, der ist scheinbar noch nicht im Combat. Carla. Listen to me. Ja. Du hast das, Bro. Du hast das. Jump! Surprise, Motherhugger! Das ist das. So. Astarion. So, pass auf, mein Junge. Pass auf, pass auf. Alles klar. Erstmal. Du, kannst du auch springen? Du kannst auch ein bisschen springen. Ja, mach mal hier. Mach mal ein paar Meter. Let's have some fun. Yeah, let's have some fun. Let's fucking go. Sneaky attack range. Fuck yeah. 24 Schaden. Naja, du sagtest, du kannst ihn nur angreifen, nicht aber kratzen. Und angreifen ist halt wie kratzen, nur mit mehr Kraft. Okay. Was sagst du? So. Okay. Weird Spore Human Thingy Noises. Oh, Leute. Was, 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 was machen wir denn? Wir examinen erstmal. Er hat keine Resistance. Er hat nur noch 51 HP. Multitech. Das ist immer schlecht. Dark Vision ist auch schlecht. Äh, this creature can perceive its surroundings without relying on sight. Ich hab nämlich auch, okay, soviel zu der Dark Cloud, die ich mache. Schlecht. Ähm. Feuerball? Also Feuerball. Are you bold? Ja. Crit 25 Damage. Geil. Weil es ist auch nur der eine Gegner. Ich muss jetzt nicht anfangen, die guten Spurs zu wasten. Okay, der Jump war krass. Gebe ich dir. Karlach. Fuck him up. Ja, ansonsten erklären wir mal die Kratzer von Glomander. Ne, ist richtig. Ist richtig. Äh, Six Move Speed Wasten. Oder was heißt Wasten dafür? Obwohl doch, doch geht. Warte, wir laufen ran. Short Rest. Ach, der ist Prepare nicht mehr da. Die Rage brauchen wir, glaube ich, auch nicht starten. Warte, wo ist... Passive. Attack rules take 5 Penalty, but the damage is increased. Let's fucking go. All or nothing. 40%. Ah. Und gleich noch einen. So, warte, kann ich aber jetzt die Passive ausschalten? I can. Perfekt. Gut, Lizzie lag da immer noch, aber... Mal davon abgesehen. Eine Hook. Aha, Ingredients. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn ich heile. Dann gibt's ne Resistance. Die hält ja aber auch nicht ewig. Das heißt... Ich trigger den Fight mit jemand anderem. Heile dann Lizzie. Weil im Kampf heilen ist wieder ne Action. Wisst ihr, wie ich meine? Ist wieder... Warte, 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 warte. Das sieht sprengbar aus. Ist da Bombe drauf, so wie in The Legend of Zelda. Probably not, ja. Okay, das ist ne schlechte Position zum Kämpfen. Waypoint is covered. Das find ich sehr geil. Ah, da ist noch einer. Ah, sie haben den High Ground. Wir wissen alle, wie es in Star Wars lief. Wait, kannst du die... Warte mal. Collecte die erstmal. Collecte die erstmal, mein Guter. Wait, jetzt hab ich den Inventar und die wirkt weiter. Oh. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wobei, hat er Spells? Er hat keine Spells, ne? Aber das ist um ihn herum. Hm. Ja, try your best, I guess. Scheiße. Was kann ich? Ah. Ja, das ist ein guter Punkt. Send to Camp. Danke, Alfin. Das ist ein guter Punkt. Genau, du und alle in der Geburt hast du geschrieben. True, true, true. Nur ich hatte halt gehofft, dass... Was ist das? Sie ist in einem Container oder so? I don't know. Oh, noch einer. Okay, fuck, fuck, fuck. Äh. Ich will halt die nicht... Also, weil, wenn die gleichzeitig getriggert werden, ist das, glaube ich, schwierig. So, pass auf. Wir fangen jetzt mit dem hier oben an. Let's go. Time for discretion. Okay. I take it. You're mine. Ha! What? Surprise. Ah, okay. So. Ah, fuck. Alright, 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 alright. Nehme ich. All day, all night. Ähm. Ich hätte noch eine Bonus-Action, noch einen schönen Stab. Na, warte, lass uns erst mal... Lass uns erst mal... Jetzt noch mal an der Nähe machen. So. So, ihr geht da ran. Pass auf, ne, warte, lese ich hier oben. So, ich wirke einen... Heel. Hab ich nur noch einmal? Ah. So, und jetzt hat sie ein Blessing. Was ist jetzt noch eine Runde, Held? Das ist... Naja, gut. Ach, der ist schon richtig im Kampf. Ach. Nein, warte, ich hab vergessen. Ja, gut. Ja, okay. Ich hab schon wieder vergessen, dass ich jetzt jemanden in der Party hab, der halt Leute wiederbeleben kann, Tote. Äh, das ist halt was, da muss man auch erst mal jetzt drauf kommen. So. Jump. Das tut weh. Disadvantage. Hold up. Jetzt hörst du's gar nicht an. Hast du Massenheilung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, versuch es. Damage ist Damage. Gleich nochmal. Sauber. Nehme ich. Äh, Endturn. So. Ne, warte, Astarian machen wir zuletzt. Erstmal ist Lizzie dran. Nehme ich alles nicht mehr. Äh, volles Movement. Jump. So. Lasst uns überlegen. Moment, Moment, Moment. Wir haben jetzt noch, wir haben den Heal gemacht. Alles klar. Wir haben die Bonus-Action gemacht. Easy. Wir haben jetzt noch die Action übrig. Wir können jetzt noch 27 HP. Wie viel macht der Backstep? 4 bis 9. Ist der Asset schon eingerechnet? Ja, ne? Ja. 1, D6 plus Asset. Ja, okay, ist drin. 4 bis 9. Okay. Das heißt, wir müssen ja 18 Schaden mindestens machen. Not gonna happen. Okay, okay. Aber alles gut. Man kann nicht alles haben. Wir können... Der Boy da oben ist nicht im Combat, ne? Der hat das noch nicht gesehen. Weil er blind ist. Der kriegt das ja gar nicht mit optisch. Ja, dann, äh, Rangestack versuchen. Fuck it. Damage ist Damage. Hei-ja. Haha, sehr. There's blood in the air. Blood in the air. Du gehst jetzt nicht ran, vergiss es. Ready or no. Ah, das war Justus. Ich hätte erst hier gehen sollen. Naja, gut. Naja, gut. Gut. Ja, I'm gonna do that. Seine Mates haben das auch nicht gehört, ne? Fuck him up. Schöner Hit. Warte, warte, warte. Ah, ich hätte nicht ran spielen sollen. Das hat ja nichts verfriggert. Ah, das war dumm. Das war dumm. Sorry, das war so stupid. Das ist der Homie hier oben. Äh, ist okay, weil wir die Magic Missile haben. Wait. Ich kann die erstmal benutzen. Der stirbt sowieso. Und dann drei darauf. Target is too far. Oh my. Okay. Too far. Immer noch. Das ist ja, das ist ja gar nicht gut. So, das waren die letzten Schritte. Jetzt geht's. Okay. So, der hat schon den Blitz Damage kassiert, Alter. Aber sowas von. Wir haben temporäre Hitpoints, weil wir Lightning Charges haben. Das funktioniert richtig geil. Der wird runterspringen gleich. Das heißt, ich gehe nach vorne. Kann ich mich irgendwie bracen? Kann ich irgendwie sagen, gibt's das als Skill? Wahrscheinlich, aber ich hab ihn nicht, ne? Wisst ihr, wie ich mein, weil ich weiß, er kommt? Nee, ne? Ich kann höchstens noch... Tja, und jetzt kann ich nochmal einen Schuss geben. Ach, weird. Ähm. Kann man nicht ran? Nee, enter. Also gut. So, du gehst jetzt da hoch. Und in effect, one target at a time. Naja, ist ja egal. Wir gucken erst mal. Geil! Haben wir den Hook Horror. Okay. Okay. Das wird gut fühlen. Hell yeah, es ist. Was ist da runter, muss zu gehen? Ja, dann... Sieben Meter? Nee, dann ist ein Sprung besser. Say bye bye. Naja. Oh, du Sack! Tschüss. 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 Tschüss.